Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ratchet & Clank Rift Apart. In der letzten Folge haben wir den Flicker geflickt. Und jetzt gehen wir weiter. Wir haben unser Dimensionsquads und los geht's. Jetzt sind wir erst wieder Ratchet, glaube ich, ja. Kedaro Station, Cordelion. Oder Zordelion. Ist ein Ozean. Ziemlich cool, oder? Und stell dir vor, wenn wir dieses Ding schmieden und die Dimension retten, kannst du ein ganzes Universum erkunden. Hast du denn keine Angst vor der Zukunft? Wo doch so viel ungewiss ist. Ich hab schon, äh... Du hast auf Savali gefragt, ob ich meine Familie finden will. Eine lange Zeit wollte ich das auch. Ich meine, das wollte ich wirklich. Aber je näher ich diesem Ziel kam, was, wenn sie ganz anders sind? Was, wenn sie mich ganz furchtbar finden? Ich meine... Okay. Wir sind da. Mhm. Naja, es kann sein, dass sie einfach richtig komisch sind. Und er sie gar nicht mag. Und die einzige Rubion-Schmiede, die mächtig genug für den Bau des Dimensionators ist. Also unsere einzige Chance. Gut zu wissen. Ihr Riesen-Seller-Imperator. Unsere Protein-Würfel-Lieferung ist da. Den Tag nicht im Visier. Oh, mein Mikrofon kam ein bisschen abgesackt. Ich müsste da kurz was schauen. Aktiviert die Abriegelung. Aktiviert die Abriegelung. Der Aufzug kommt runter. Hoffentlich ist das nicht der einzige Weg in die Station. Ja. Das ist so echt du. Der wird vier Hauptpixler. Wegen der Abriegelung ist der Haupteingang wohl tabu. Können wir uns umsehen? Es muss noch einen Weg geben. Ja, doch. Ja. 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 Ach, das war nur noch einer. Was ist was Neues? Die Kaltfront. Okay. Und ist gar nicht so teuer. Davon habe ich noch eine Menge mehr auf Lager. Wozu wirken? Oh, das ist Blison. Ein übliches Element zur Energiespeicherung. Aber wieso sieht es so... Wie wusste ich es doch? Das Blison muss die überschüssige Energie des Dimensionschaos absorbiert haben. Wir sind in eine andere Dimension gelangt. Eine verlassene Dimension, wie es aussieht. Hier ist es kalt. Aber ich habe doch noch gar nicht die Kaltfront. Hier ist der Aufzug. Okay, hier können wir mit dem Aufzug fahren. Wenn es dir hilft, Ratchet. Ich habe meine Familie auch nie kennengelernt. Den Imperator nicht mitgezählt. In dem Fall kann es dir schlimmer nicht ergehen. Wahrscheinlich nicht, aber... Selbst wenn die Lombaxe die weltbeste Familie sind, könnten sie von mir enttäuscht sein. Wieso? Du bist ein Held. Ich habe Schurken erledigt, ja. Aber sie erfanden so viele geniale Dinge. Du bist einfach zu bescheiden. Mag sein. Aber ich mag mein Leben in meiner Dimension, Kit. Das will ich nicht riskieren. Er ist halt einfach mehrfacher Held der Galaxien und alle so. Apropos Risiko. Wenn die Kedaro-Station in dieser Dimension existiert, meinst du die Rubion-Schmiede auch? Möglich. Aber so wie hier alles aussieht, wer weiß, ob sie funktioniert. Wir suchen uns dann lieber noch mehr Blison und kehren in die andere Dimension zurück. Ist das ein... Minuten. Oh, wir sind ja einfach lang gelaufen. Ach ja, du. Ach, ein Goldbolt. Nice. Was gibst du uns, Goldbolt? Musikpaket 1. Cool. Gib mir Sachen, die ich auch benutzen kann, Mann. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Wir schaffen das. Hilfe. Todes. Handschuhe. Kommt aus. Meine Güte. Sie sind überall. Ich lasse mich nicht fressen. Alles weiter. Sonst sind wir erledigt. Kommt mit. Meine Army. Ich würde sagen, noch mehr von denen. Ach, das sind die Größeren, die dann kleiner werden. Wir mögen eben verbieten sich während alle Dimensionen. Sonst müssen wir mehr und Klaue umhören. Ich würde sagen, noch mehr von diesen Gehlippen verschlungen zu werden. Die hätten dich... Du hast leicht reden. Du bist nicht so ein Häppchen. Nein. Sorry, 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 sorry. Ich dachte, du bist jemand anders. Bist du aber nicht. Geht es ihm gut? Ich bin Wretched. Oh, das ist toll. Hallo, Wretched. Suchst du nach mir? Das wäre auch toll. Oh. Darf ich dich Chad nennen? Nein. Und nein. Ich, äh, brauche etwas Blison. Oho, ich weiß den Wretchedner. Oh, ich dich Chad nennen. Aber mein Zugriffsarm ist ins Wasser gefallen. Ich muss es ablassen. Aber wie, Wretched, wie? Ganz ruhig. Ich regle das. Wenn der Raum leicht überblutet wird, ist die Pumpensteuerung bestimmt irgendwo hoch oben. Das ist der große, böse Fisch. Der verschlingt immer in einem Hubs. Früher hatte man so einen Aufsatz, wo seine, oder so eine Waffe, mit der man selber was absaugen und wieder hin machen konnte. Das war auch cool. Pixelfisch. Gibt es hier noch irgendwas? Nee. Außer da oben so ein bisschen Geld. Ist dieser Zugriffsarm so etwas wie eine Art Schlüssel? Wenn diesen Schlüssel mal reicht und sicher Schlüssel drücken, dann ja. Aber wie soll? Oho. Leichter vor ist ein Hauptzug, der uns in einem hübschen leuchtenden Kristall bringt. Oh. Was Großes. What the fuck? Was ist das? Das ist Safti. Mein bester Freund. Manchmal will er mich umbringen, aber er kann toll zuhören. Er will dich töten? Wenn ihr auch Freunde wäre, dann kann ich mich zu Zerpiz nennen. Oder Safti. Oder S.A.F. Oh, ein schöner Spitzname. Oh. Ist da noch was in der Mitte? Nö. Da ist er. Mach das. Mein Zugriffsarm, er funktioniert nicht mehr. Er ist nur noch ein Arm, was für ein Unsinn ist. Wir müssen ihn einfach wieder einschalten. Überlass das uns, Schrottbott. Okay. Ich höre uns und ziehe zu. Hey Leute, ist das sehr gruselig oder was? Die Amelvoriden haben uns ge... Nee. Einfach alle. Gute Arbeit. Ich hab die Gegner nicht mal gesehen, so schnell waren die weg. Ratchet, der Große, der Große. Ich stelle die Level. Hilfe. Oh, die kommt mit. Komm. Weil ich jetzt nicht erwarte, dass die irgendwie mal springen. Gut gemacht. Das war echt... Ach du Scheiße. Du bist komisch, Schrottbott. Das ist mein Lieblingsblies an der ganzen Station. Es funkelt so herrlich, wenn man es sechs Stunden lang anstarrt. Tja, dann heißt es jetzt wohl, lebe wohl. Danke für all die Hilfe, Schrottbott. Da. Ich weiß natürlich nicht, ob die hier auch mit einem Biss killen. Weil das war früher in den Spielen immer in so anderem Wasser. Dass die den einfach von unten kommen und dich aufsnacken. Aber ich geh ja nochmal davon aus. Wo kommt ihr denn her? Noch eine Dimension? Ja, sehr witzig. Sagt George, und er soll morgen lieber auf der Hut sein. Die Rubion-Schmiede müsste da vorne sein. Ich vermisse ein bisschen nachher, Britannium zu bohren. Das hat Spaß gemacht. Aber das ist okay. Nein. Was machst du denn hier? Ist eine ganz witzige Geschichte. Rede ich mit dir? Nein, du redest mit mir. Hier ist alles abgeriegelt. Wie seid du und dein Ross hier reingekommen? Ross? Ich... Ich inspiziere eure Anlage. Weil sie so weiß ist. Und orange. Ich bin nämlich... Innendekorateurin. Erster Klasse. Der Imperator wollte eine Umgestaltung. Als Überraschung für dich und dein Team. Und jetzt... Hast du's ruiniert. Das würde ich dem Imperator nie antun. Bitte, kommt rein. Und betrachtet meinen Speicher als gelöscht. Sehr clever, Dekorateurin-Kit. Was machen wir jetzt? Können wir mit den Forschern plaudern? Liegt sich ihr Misstrauen vielleicht? Oder wir gehen direkt zur Schmiedesteuerung und bauen den Dimensionator. Die Schmiede scheint von der Plattform nach oben ausgesteuert zu werden. Kann ich überhaupt den reden? Einfach so? Es war unglaublich. Er sagte, die Schmiedesteuerung ist ein Mensch. Ruf dir und Schmiede war es. Ich glaube, ich kann nicht mit dem reden. Vielleicht mit einem oder zwei. Jeh, sieh. Nee. Ich glaube, man kann nicht mit dem reden. Ich wurde angeflogen. Cut. Was? 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 Baupläne hochgeladen. Schauen wir mal. Verstehe. Der mit dem Totenkopf oder der andere? Improvisierst du gerade? Komm schon. Oh. Oh. Quack. Hilfe. Okay. So ein Sprinklammer. Oh da hin. Oh. 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 Oh Einfach ein paar Waffen da rein schmeißen. Die laufen aber hinterher. Oh! 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 weil die über erfahrung dass der letzte gewesen gelten nicht unbedingt ich hab gedacht wir können sie drauf smashen deswegen kriegen wir hier wohl munition alle aufmachen captain starshield fünf prozent erfahrung das cool weil die hat sogar was jetzt kurz hier hinschauen weil hier geht es nicht weiter aber die 418 nehmen wir gerne mit hallo ich bin wieder da schrott bot was ist nötig damit eine ruby und schmiede wieder läuft glitsch glitsch was ist der nuklear impuls was glitsch 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 Oh, manches ganz lang. Oh, manches ganz lang. Oh, manches ganz lang. Oh, manches ganz lang. So, demsel ist es da. Wo ist er? Direkt neben mir. So, deins ist... Wo ist dein Kabel? Hier. Ja, der Computer kommt langsam wieder online. Was bedeutet, dass die Fireball jetzt wieder komplett frei sein sollte? Ja. 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 Das ist auch gut so, denn ich habe da... Oh. Eine Falle? Nein, 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 nein. Als ob. Wir sehen uns bald wieder, Glitch. Wenn dein Glück weiter anfällt. Hm? Dieser Knopf. Dieser, nicht dieser. Finde ich die Energiequelle. Oh, oh. Genau da wartet jemand auf uns. Das ist eine heftige Tür. Hier wird sicher die Energie für die Schmiede erzeugt. Aber hier ist nichts. Hat uns der Schrottwort zum Narren? Keine Ahnung. Aber wenn hier wirklich die Energiequelle fehlt, holen wir sie doch aus der anderen Dimension. Aus der, in der die gesamte Station nach uns sucht? Bis uns etwas Besseres einfällt. Los, suchen wir uns etwas, please. Hast du gesehen? Ich bin rebellisch. Fuck. Direkt bestraft worden dafür. Okay. List. Das ist eine heftige Tür. Hier wird sicher die Energie für die Schmiede erzeugt. Aber hier ist nichts. Hätt uns der Schrottwort zum Narren? Keine Ahnung. Aber wenn hier wirklich die Energiequelle fehlt, holen wir sie doch aus der anderen Dimension. Ach, das ist eine Scheibe. Was ist der, der die gesamte Station nach uns sucht? Lass uns etwas Besseres ein. Los, suchen wir uns etwas, please. Was ist das? Wie soll man das auch aufnehmen? Waffen stören ihn nicht mal. Wretched, du machst ihn nur wütend. Euer Eis. Ist der toller Slurpiongelee? Safti muss hungrig sein. Waffen stören ihn nicht mal. Feuer einstellen und lauf. Wretched, du machst ihn nur wütend. Waffen stören ihn nicht mal. Feuer einstellen und lauf. Wretched, du machst ihn nur wütend. Geist du? Ha ha. Was höre ich denn da? Lauf einfach weiter. Wretched, ich kann nirgends... Lison sehen. Bleibt nur noch der Raum hinter der nächsten Sprengtür. Aber die sieht ziemlich zu aus. Und wenn wir den Kabeln über uns folgen, vielleicht lässt sich das Schloss abschneiden. Du hast bestimmt recht. Diesmal. Was heißt hier diesmal? Fehler, Bio-Gefahr entdeckt. Hä? Amöboiden. Licht schon wieder. Was ist mit dem Licht? Das ist etwas beunruhigend. Das sagt die. Bio-Gefahr gebaut. Systeme online. Oh, der Computer ist angegangen. Können wir uns das ansehen? Da ist ein Forschungsprotokoll. Interessant. Spiele Stationsprotokoll weiter ab. Kommt her, kommt her. Okay, da hinter dem Griff. Ich habe ihn gerade herumspielen sehen. Und da, seht ihr ihn? Oh, wie kann er so im Nies schwimmen? Oh, oh, ist das ein Hallo? Wartet, was macht ihr denn da? Ich tue ihm weh. Stopp! Kommt sofort damit auf! Stopp! Das war der Schrottbot? Und ich dachte, er redet von Safti. Nichts wie raus hier! Waffen stören die nicht mal! Tratchet, du machst ihn nur wütend! Wie das andere Stabel hin, hier lang. Da kommt er. Ah, das Schloss wird per Voltkurbel gesteuert. Der Raum wurde wohl länger nicht mehr aufgerüstet. Nein! Shit! Unser Stichwort! Ja, komm doch, du Loser! Und tschüss! Hast du geschafft! Da muss ich lang, ne? Okay. Wenn ich Blison wäre, wo wäre ich wohl? Oh, oh. Oh. Schön ist die Graben, 300 Meter. Ich habe darüber nachgedacht, was du vorhin über die Lombaxe gesagt hast. Dass du dein schönes Leben riskierst. Ich mochte mein Leben auf Zavali auch. Es war friedlich. Still. Sogar heiter. Und als du mein Partner werden wolltest, wollte ich auch nichts riskieren. Aber jetzt bin ich froh. Danke, Kate. Das bedeutet mir viel. Aber ich weiß nicht, ob... Ist schon gut. Jetzt kann ich diejenige sein, die an dich glaubt. Ich weiß nicht, ob ich nicht mehr so gut bin. Wir gehen nochmal kurz außenrum zum Gucken. Okay, ah da. Ich wollte gerade sagen, okay, cool, hier ist nichts, aber da ist doch was. Tada! So, was bringt der uns? Foto Modus 2, wow, danke für nichts. Ein bisschen Varitanium noch. Was ist das Wasser wieder aufgelassen? Tschüss. Tschüss. Da haben wir es zu kommen. Was, wenn ein Schild auch eine Schuss macht? Für ihre Blocke in einer Sekunde eingehen, die Schüsse und Feuere in der nächsten einen breiten Energieimpuls haben. Nicht schlecht. Oh, noch mehr Agenten in jedem Ei. Ja, natürlich. Ich will einen gehörigen Bumpf haben. Kein Grund, das nochmal zu kaufen. Verpixler, was ist das? Erhöht die Feuerrate. Ist natürlich auch cool. Wenn wir zurückgehen, ist der da noch da? Ja. Kommt wieder, wenn ich nicht... Hier ist ein Statt. Das Magnetfeld. Die Energiequelle muss in der Nähe sein. Oh Gott. Ich habe sie nicht von der Tür gefunden. Wir müssen gleich gleich 5 werden. Was ist das? Halte Sammie. handschuh der apokalypse so was macht das jetzt handschuh der apokalypse setzt todeseier voller schicksalsagetten frei diese kleine freunde beißen die nächsten gegner diese sehen und stören sich anschließend selbst die explodieren die energiequelle ist saftig wir sollten ihn befreien sie doch was sie ihm angetan haben das erklärt seine wut aber er wenn wir ihm keine chance geben wir kommen in frieden großer safti alles cool klingt das fauchen erfreut oder wütend wir kommen gesellschaft Stopp! Stopp! Die war das echt nicht so stark. Softy, alles cool. Elite? Ja. Der Schmerz, schreckt mich nicht aus. Hey, Safti! Du weißt nicht zufällig, wie man die Rubion-Schmiede sonst noch hochfahren kann, oder? Will er, dass wir ihm folgen? Sofort! Ich guck nur hier oben noch schnell, ok. Bist du noch bei uns, Safti? Na los! Die Rubion-Schmiede ist oben! Komm schon, Safti! Ich bin's nur! Der gute alte Espi! Zwei Safti! Oh nein, sie mögen sich das! Die ist mal der richtige Kopf, dem Totenkopf drauf! Hat's geklappt? Also, so wie es aussieht, können die von beiden Dimensionen derselben leben. Da können wir Rivet und Kit mitnehmen. Er ist auf freiem Fuß! Freie Safti! Sieht aus, als müssten wir jetzt nur noch zurück zum Schiff! Oh, dieser Aufzug bringt euch wieder an die Oberfläche! Kein Problem! Kommt bald wieder! Wretches und Kettles! Danke! Und alles klar! Äh... Schrotti! Wie sie spiegeln! Ist das der Aufzug? Hier ist er nur auf Schrotti gekommen! Hier ist noch Aritanium, genau hinter mir! Genau hier irgendwo! Da oben! Komm ich jetzt auch noch in dieses andere Gebiet da? Nee. Ja, komm zu Zorki, dann bauen wir das Ding. Oh, wie treffe ich jemanden? Wovon redest du? Du hast mich getroffen und das lief toll. Ich bin vor dir vom Archiv gefallen und hab geschrien. Laut. Stimmt. Was ist das? Ah, direkt zur Schmiedewappen, okay. So Leute, wir springen hier noch rein. Dann müssen wir zum Trümmerfeld zurück, okay. Es wird Zeit, die Dimensionen zu reparieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Das war's mit der Folge. Wenn ja, lasst gerne ein Abo, Like da, teilt das Video mit allen, die ihr kennt. Würde mich sehr, würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder hoffentlich. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.